Da haben wir zwei Fährlauf-Gruppen. Die erste Gruppen im Führer ist der Schulling Jünger Student. Da bin ich noch sechs und der nächste ist noch sechs. Die zweite Gruppe ist der Beretta Martin aus Fösendorf. Da kommen zwei Fluteinser vor und in Führung ein Fluteinser. Der gestrige Sieger ist der Nummer fünf, dann dritter die zwanzig, dann die vier, dann die siebzehn und dann die achtzehn. So, zweite Gruppe. Cruiser 30 plus. Vorne, vorne, beim Buchholt Markus. Vor dem Matzi Markus. In Führung Buchholt Markus aus Fösendorf. Zweiter ist der Matzi Markus aus St. Pölten. Dann dritter ist ein Klimenserfahrer. Und ein Sturz. Das wäre ein Sturz von Fösendorf, aber er steht schon wieder in Führung. Dritter ist die Nummer elf, dann ist die Nummer dreizehn, dann die Nummer fünfzehn. Und die Nummer neunzehn ist leider gestürzt, aber wird schon wieder Applaus für uns haben. Schelling Jürgens. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Erste Vorlaufgruppe. Den ersten Vorlauf hat er gestern die Siegerung an der Schelling Jürgens und er ist wieder vorne. Und an zweiter Schelling ist die Nummer acht, Nummer zwanzig. Der Ruf Markus Eppholz, Fluteins. Schelling Jürgens, Fluteins. Drei Blutenser vor, auf vorne. Zweiter, die Nummer zwanzig. Dann kommt die vier. Und dann kommt der Angriff, unter Nummer fünf. So, und jetzt ist der bei Ritter Martin jetzt der dritter aus Fösendorf. ZD-Klupe, kruise und dresdicote. Und jetzt ein Vorlauf von J.-A. und Puget, M-A-C. und FÖ. Von Matto Marcos aus Sankt-Pölten. Und jetzt ist er für Serie der jetzt! Da bist du noch ein nicht gemeint, ey! Das war ein bisschen zu kurz, aber es ist ja ausgegangen. Das ist die Nummer 19, das ist dritter. Schönerhaus Matthias. Einführung, die Nummer 74. Buchholz Markus. Johann Matsi Markus. Dann der Matthias Schönerhaus. Dann kommt Alfred Claves. Vierter. Gruselklasse. Wir fahren ja schon wieder weg. Jetzt war Lonecker. Wir sind hier in den großen Abwürz. Dann ist der Trevinder. Und da nochmal. Die Platz wird heiß. Ganz gut gegen Vorarlberg. Und dann ist er jetzt da. Die Nummer 4. Jäger Christian. Und die beiden Schultern gleich auf. Die Nummer 17 und die Nummer 4. Wie geht das aus? Die Nummer 4. Vierter. Zwei. 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 Oh, mein Unterstürz! Achtung, Achtung! Achtung, Sie da nicht aufpassen bitte! Hinführer, AC Markus, Buchholz Markus Und die Nummer 11 ist Treta, der Dutschak Helmut So, da fällt mir auch vor, aber der Matthias hat erst gestürzt, glaube ich Deswegen fehlt er Die Nummer 17, Hannes Kleiner, Salzburg Dann kommt die Nummer 15 und die Nummer 18 Der Hebenstreit, Gerald In Führung, die Nummer 17, Hannes Klein Vor der Nummer 15, dann kommt die Nummer 18, der Gerald Hebenstreit So, Finale Mati Markus Mit der 20, Markus Rüff Mit der Nummer 74, Markus Buchholz Und mit der 1, der Jürgen Schilling So, und da geht's schon kurz zur Sache, auf der 1. Kraut noch, wer ist da jetzt vorne? Wuchholt Markus Go, 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 go! Markus, 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 Markus! Jetzt ist der Konto vom Schelling-Hürn-Buchhald-Marcus. Dann ist der Nummer 20 der Rüf-Marcus. Lauter Markus haben wir da. Und am vierten Platz wird es einer Haarzt. Und den Laufgewinn da Schelling-Hürn-Buchhald-Marcus, Rüf-Marcus und Matzi-Marcus. Und die Schelling-Hürn-Buchhald-Marcus.